Ich hab doch gesagt, die Dimensionator zu viel tut. Probleme? Unsinn! Das war so gewollt, als spezielle Note. Wir machen die Flaggschiff nur. Wir brauchen keinen Ticket, oder? Wir müssen die restlichen Leichthübe durchkämmen. Verstorben. Verschätzchen. Waffen von unvorstellbarer Macht. Verlogene Episoden von Dance und Jelly. Alles nutzloser Tant. Die Karte ist alles, was wir brauchen. Der Rest kann brennen. Moment! Heißt das, dass er die Karte schon hat, oder...? Ratchet! Siehst du irgendwas über Quantums Helm? Nichts nützliches. Er muss hier sein! Wir müssen einfach nur weiter! Jaa! Was? . Großer Fehler, dieses Schiff zu betreten. Ich wollte nur eine kurze Schrittstour machen. Niemals! Für den Imperator! Diese Unverbrochenheit wirst du bereuen, Remel! Motorfunktionen eingestellt! Imperator Nefarius. Endlich ist es soweit. Halt! Ah, du bist's! Ich hatte es gehofft. Sorry, beim Meditieren in den Körper zurückzukehren. Tut weh. Was machst du denn hier? Der Imperator nahm mich gefangen, weil ich die Dimensionskarte in einer Anomalie versteckt hab. Also hat er sie noch nicht. Nein, aber er öffnet willkürlich Spalten, um sie zu finden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ihm gelingt. Ratchet! Gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht? Kein Imperator hier. Die gute? Gary ist hier. Er sagt, die Karte steckt in einer Dimensionsanomalie. In den Katakomben. Ihr gelangt dorthin, indem ihr die Grabungstürme aktiviert. Ihr aktiviert sie über Druckschlösser in der Nähe. Schaltet das Signal eines Turms von Rot auf Grün, ist er in Betrieb. Das ist die Idee. Nein, also ist sie. Siet das nicht, wie sie mit der Verkaufel sind. Die eine Ausgabe. Ansonsten ist dieseallye. Die Ideen hier zur Tür. Die Feste ist echt gut. Die Jupiter ist wichtig. Sie sich zackt. Die zwei kobewerfache. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.